Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Micro Letcher Map mit Sveste Hallo und mir Geil von Games.HD immer noch, äh, ach der Erik, boah mein Gott, ich muss ja, Erik, Erik, ja, wir machen immer noch Dungeon Master, äh, Rungeon, oh Gott, Dungeon Runner und wir sind bei der Spielchen Master, Master sind wir und ich mache mal die Musik an. Holy fuck, Alter. Tja, Sven probiert sie schon. Ah, tja, ich seh's schon. Oh, ja, das ist ja noch einfach, ach, ja. Ja, hab ich auch gesagt. Da dachte der Map-Ansteller bestimmt so, komm, wir machen mal so einfach, dass die hier hochlaufen, aber danach macht die so richtig, weißt du? Fuck. Oh Gott. Ey, so lange... LOL. Ey, so lange wie Pro gedauert hat, ne? Ganz ehrlich. Jetzt glaubst du, wie lange das hier dauern wird, Sven. Also, ich werde das noch zwei Folgen lang versuchen. Nur zwei Folgen. LOL, 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 kann ich mir retten? Nein, kann ich nicht. Ja! Noch gerettet, Alter, leck mich am Arsch. Fangen wir mal weiter. Jetzt hör auf zu branden, du scheiß Puppe, ey. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ach ja, ich versuch das nur noch die Folge, ehrlich gesagt. Und danach ist ne andere, als wenn ich auch mehr dran. Weil die hat mich echt um meine Grenzen getrieben, das muss ich echt zugeben. Also Respekt erstmal daran. Ich hätte sich nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich auch nicht, ich hab gedacht so, ich hab die nämlich nicht so schweren Erinnerungen. Tja, anscheinend ist die schwerer, als wir dachten. Warum sind hier Rückplatten? Ach, da bist du dran, ne? Da hab ich gefehlt. Ich hab die einfach nicht ausgelöst. Ha? Jetzt musst du die doch auslösen. Ah, ich glaub echt. Aber ne, irgendwie nicht. Mach witz. Ist das der Ernst? Ist das, ist das dein Ernst? Wirklich. Und das funktioniert. Oh, lol. Kompetenz Level over 9000. Harass. Ich hab echt gesagt kein... Es ist ein Let's Play und wir müssen Kommentare dazu abgeben, aber ehrlich gesagt, ich will in dieser Map keinen weiteren Kommentar mehr würdigen. Weil diese Map ist einfach nur scheiße. Ja, das ist die Map, die ist zu krass in einem Kanal. Ich glaube, dafür, weiß ich nicht. Ich glaube, als Anfänger, sage ich jetzt mal eine zu krass in einem Map auszuhören. Ey, ohne Witz, ich glaube, ich weiß, wovon die Druckplatten sind, damit die Lava nicht reinfließt. Nein, nein, ich weiß, wovon das ist. Du stehst jetzt da und weißt nicht mehr weiter, ne? Ne, ich bin schon weiter jetzt. Ach, meins würde ich da runterfallen lassen, muss. Du bist natürlich komplett verarscht mit den Pistons hier, oder wat? Das mit dem herunterfallen, das habe ich erstmal gar nicht gecheckt. Ja, das ist Assi, Alter. Da bin ich nämlich gefailt. Goll. Ach, geil, haha, ja! Ich gebe es auf, ich gebe mir überhaupt mehr. Ich gucke mir jetzt die Map an. Ach, ganz ehrlich, Leute. Ich versuche das noch einmal jetzt. Und dann ist es echt feier. Die Konzentration ist am Arsch. Ja. Ich bin am Arsch. Wir haben... Halb 8, 8. 20, 32. Halb 9. Zeitgefühl am Arsch. So, also man muss hier. Ich hätte jetzt Bock auf eine Season, Alter, ganz ehrlich. Ja, heute endlich auch Bock, Alter. What the fuck, wie soll ich das jetzt machen? Jetzt ohne Spaß hätte ich auch richtig Bock auf eine Season einfach. Oh, ich habe jetzt keinen Bock, ehrlich gesagt, dir ist schon direkt eine neue anzufangen. Ja. Also ich habe jetzt Bock, irgendwas zu bauen, irgendwie in Minecraft, aber ehrlich gesagt, das aufzunehmen und alles, ne. Dafür, das... Ich mache das jetzt noch, wenn ich dann sterbe, dann... Ja, höre ich auf. So. Ja, okay, assi. So, dann muss man hier lang. Okay. Jo. Das war's, also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Zwar war das jetzt ne, äh... Warte, wir gucken uns nochmal an, wie lang die geht. Okay, das machen wir noch. Alter, das kann man noch nicht schaffen, ohne zu failen. Stimmt. Wie, alter, das macht doch mal... Ach so. Redstone Shuttlebutt. Ach so. Ach so. Was ist? Hast du eine Erkenntnis gewonnen, mein Freund? So, hier lang, da lang, darüber, hier hoch, da, dann hier, die Ahnung, der Sprung geht nicht. So, dann hier runter, dann da lang, dann hier, ist schon fertig, fertig. Oh, nee, hier geht's mal, Alter. Ah, hab ich übersehen, ich duzzle. Hä? Da sprichst du die Erohne hier aus, Sven. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich hab mich verirrt. Herzlich? Ach so. Ach, ich, ich, ich duzzle. Das ist doch natürlich klar gewesen, dass man hier den Brunnen runter macht. Ach, und dann hat man's geschafft. Oh, the fuck, Alter. Oh, ho, 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 ho. Warte, so, ob das du's schaffst. Da ist ja nicht mehr ne Fackel dran. Na, das ist der Knopf, ne. Jo, dat war's Passiert da noch was? Ne Ach, die Tür da vorne Okay Warte mal, ganz kurz Ich möchte der Map noch etwas mitgeben, bevor ich weggehe Ja, ganz kurz Das hat sie nämlich reglich verdient, einfach nur Weil das einfach die beschissenste Map überhaupt ist Ich meine, schlecht war sie jetzt nicht, einfach zu schwer Ja, also ohne Witz Also ich fand die eigentlich schön, die seien Ja, das stimmt, aber trotzdem Ich würdige sie keines Blickes mehr So, do it So, sehr schön Okay, ich bin ehrlich, diese Map, die muss Stunden An Aufbau gebraucht Das stimmt, die ist echt krass Gemacht So, bestimmt viel Arbeit und die meisten hier Ich weiß gar nicht, was die meisten hier überhaupt bringen, Alter Ich check nicht, ich hab nicht so viel gesehen, dass das hier alles das brauchte Okay, man muss einmal Wasser fließen lassen, dann Pistons bewegen Aber braucht das echt alles das hier? Vielleicht sind das einfach nur Testkonstruktionen Ich meine, what the fuck ist das hier? Ist vielleicht, jetzt komm mal bitte, tp dich mal zu mir kurz 6 tp x Also mal ganz ehrlich, guck mal, bitte Also ich weiß nicht, wofür das hier ist zum Beispiel Ich glaub, das ist einfach nur Test gewesen, ja, für irgendwas Ja Und das hier vorne auch, also Naja, ich weiß nicht, ist das für irgendwas hier nötig oder so? Ja, wahrscheinlich irgendwie eine Schaltung Ja, nicht das, ich meine das hier Achso, das hier Ich glaub, das war einfach, erst mal kaputt machen Das soll die Map hier auseinander nehmen, Alter Gut, wir fangen jetzt hier einfach, Sven, guck mal, wir fangen jetzt hier auf dem freien Dingens einfach eine neue Season an, ne? So, Kühe, haben wir hier hier? Warte Warte Guck mal, da kriegen wir direkt gebratenes Schweinefleisch So, sehr schön Ich baue ein Haus Warte, warte, warte Wir brauchen natürlich ein paar Tiere, sonst klappt das hier eigentlich alles gar nicht Warte, ich hab das perfekte Tier eigentlich für uns Wo ist es denn? Oh, ich find's gerade nicht, ach, das ist jetzt schade Oh, warte Willst du ein Gas oder was? Nee Nee Uh Ah Oh Kunne Sooo, der perfekte Haustier finde ich! Leu! Meine Frage! Ja? Wie geht denn Wither? So doch, oder? Nö, so muss das sein. Egal! Egal, damit verabschieden wir uns von dieser Adventure! Wir haben hier gerade so Bullshit gemacht! Was ist das denn hier? Spanns Hütte, oder wat? Ey, du hast mir nichts kaputt gemacht! Ja, warte, warte! Mein Designerhaus! Mann! So! Wer das liest, ist doof, ja! Warte! Ich hab meinen Haus ganz! Okay! Ich wollte es nur noch verschönern! Ich hab einen Wizard zu spawnen! Ja, aber... Es ging nicht! Ich hab einen besseren, weil es geht, weil der zu klein war! Ach ne, weil's auch Dingens ist! Weil's auch friedlich ist! Guck! Ich hab einen Gefühlt hier eigentlich! Läu! Ach da! Perfektes Haustier für uns Sven! Ja, dann ist es jetzt mit der Adventure Web! Ich wünsche euch fürs Zuschauen! Haut rein! Bis zum nächsten Mal! Sven, hast du noch was zu sagen? Nein! Okay! Haut rein! Ciao! Tschö!